Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Böllern auf der Straße. Ihr seht hier habe ich ein schönes Bokbette-Set von Lidl. Das zünde ich heute und teste ich für euch komplett. Und ich habe noch mehr vorbereitet. Ein paar schöne Raketen wie ihr seht. Ring Rockets, andere schöne Niko-Raketen, eine von Pyroland. Die werde ich dann am Schluss zünden. Ich fange jetzt an, mal mit dem Veko Zauberwürfel. So, machen wir mal weiter mit dieser Batterie hier. Die dicke Bertha von Veko Feuerwerk. Also, ich zünde jetzt zwei Pfeifen. Und zwar einmal die Blizzard und einmal die High Razor. Und zwar zeitgleich. So Leute, machen wir weiter. Und zwar jetzt finden wir die Doppels. Doppels. Hier hinten. Rechts und links sind wir hier. Also bisher. Also drei, ne. Weiter geht es mit der Flower Power Batterie. Weiter geht es mit der Flower Power Batterie. So Leute, als nächstes kommt zweimal die Feuersturm Batterie. Und zwar das sind sieben Schuss Kräcklingkometen Batterien. Möglichst weit. Vielleicht da, wo die Maskette war, die Batterien zünden. Dann haben die oben... Das war doch schon recht gut. Jetzt geht es wieder weiter. Mit ein bisschen ruhigem Feuerwerk. Und zwar römische Lichter. Das sind also dunkel- und rölsch-Kugeln. Davon schieße ich gleich drei oder vier mit Eimern. Weiter geht es. Und zwar mit der Kometen-Sturm Batterie. 100 Schuss. Lasst euch überraschen, was in diesem Rohr steckt. Und es geht lustig weiter. Jetzt sind die Batterien. Aquila mit 16 Schuss. Ein Schloss. Ein Schloss. Ein Schloss. das war doch schon mal richtig gut als nächstes jetzt folgt die 16-Schuss-Batterie Kalimbo. Viel Spaß! Ja, jetzt sind wir fast am Ende von diesem Sortiment. Es gibt hier noch diese Mini-Knaller-Knallketten, Superböller 2 und China-Böller D. Wir fangen jetzt an mit diesen kleinen Ketten. Zähne ich die einfach so auf Schlag oder was? So Leute, das war schon richtig nice. Jetzt geht es weiter mit dem riesen China-Böller D. Wir machen das so einfach weg. Ich habe Feuer, dann haust du die einfach weg. Wir machen das so einfach weg. Bei uns würde ich mal die Pfeilung und die Champagne fliegen. Ich bin sehr sicher hier in die Kreide, um unsere Kuh zu unterstützen. Wir machen das so einfach weg, wir machen das so hoch. Wir machen das so einfach weg. Wir machen das so einfach weg. Wir machen das so einfach weg. So, jetzt haben wir hier noch diese Schienaböller 2 und natürlich die schönen Raketen. Schienaböller, Superböller 2 jetzt. Hau die mal nicht so weit weg, aber gleich machen wir mal. So, und jetzt Leute, wie versprochen, am Ende noch diese sehr sehr schönen Raketenballern. Jetzt haben wir noch 5 Stück, ne, 6 Raketen sind es noch. Die werden jetzt noch geballert. Und jetzt mal 2 Bomben. So, und jetzt noch die letzten beiden. So, jetzt sind wir fertig. Das war die Böller 2 mit dem Bobbette-Set und den Raketen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.